So wie sieht es beim Boxabend in Berlin, aber im Land bestimmt auch nächsten Boxabende mit Roman Fress in Magdeburg oder anderen Städten, also wie sieht es bei ihm aus zur Zeit? Ja, wir sind beim Training, wir bereiten uns langsam vor, Kampfdaten steht noch nicht fest, aber sobald er offiziell verändert wird, dann können wir uns auch mal bereitstellen. Ja, wir sind jetzt momentan in der Aufbaufase, physischem Aufbau, also körperliche Verpassung. Training läuft, fleißig, guter Junge und ja, wir hoffen uns wieder, dass wir auf unseren ehemaligen Titel wieder zukommen und werden den Sieg herunterlassen. Also ich hoffe, dass das Jahr 2023 für euch besser verläuft als dieses Jahr, ne? Nein, es ist wichtig, dass er verletzt bleibt und seine alten Baustellen werden beseitigt und dann kann man auch Ritzel wieder angreifen. Okay. Okay, fine. Okay. Okay. Okay, coi, guter Junge. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020